So, wieder der... Darr... Und... Gleich mal gucken, wo hier sich noch Lava drunter befindet. Für die, die sich nicht mehr erinnern können. Wir hatten eine Rundreise gemacht, das war alles vollkommen laggy und voll behindert und haste nicht gesehen. Aber wir sind irgendwie durchgekommen. Und das ist ja die Hauptsache, nur. Gut. Wir ernten jetzt auf jeden Fall noch ein klein wenig Obsidian und mal schauen, was noch alles passieren wird. Ja, und wir haben mal wieder kein Platz im Inventar. Was natürlich eigentlich wieder klar ist. Deswegen, das können wir opfern. Obwohl ich eigentlich Lain nicht so gerne opfer. Weil das echt rar ist. Weil Obsidian ist ja eigentlich jetzt nicht so rar. Man sucht nach Lava oder macht sich Lava und... Also Lava machen klingt jetzt doof. Man macht sich hier ein Lava-Brunnen unendlich und dann macht man ein paar mehr Gruben und dann kippt man alles voll mit Lava und dann kippt man Wasser drüber und das ist lustig und dann ist man ganz doll reich. Hat man was gekonnt. Hat man was gekonnt. So, und wie immer geht mein anderer Bildschirm aus. Das ist mir jetzt auch egal. Wow, wow, wow. Komm, 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 go, go, go. Wollen wir nur hoffen, dass hier keine Lava mehr drunter ist. Naja, die wird ja sowieso voll gegossen. Überirdisches Lava vorkommen. Mist. Du hast meinen schönen Wald abgefackelt. Ich hasse dich, ich hasse dich. So dermaßen. Das kannst du dir ja gar nicht vorstellen. Wie weit will das noch runter gehen? Diese Lava. Gut, okay. Der eine Block vorne hat pervers lange gebraucht, bis er kaputt gegangen ist. Barbarischs lange, möchte ich ja schon sagen. Und, ja gut, das ist jetzt wieder ganz toll. Ganz, ganz fein. Und ich glaube, auf die 5 edelsteinischen Lava. Und drunter können wir getrost verzichten. Ja, unser Obsidian-Vorrat ist ein wenig aufgefrischt. Und das reicht erstmal für die nächsten 3 Winter. Gut. Toll, hier klug er ist natürlich schon wieder halb ab. Mensch. Und es wird natürlich wieder Nacht. Es ist wieder so klar. Jetzt gerade, wo man mal was machen will. Komm ran. Jetzt gehen wir erstmal einlagern. Yay. Ich hab eigentlich gerade noch Bock, diesen Teil dort hinten zu erkunden. Deswegen, ich wollte jetzt eigentlich schon Schluss machen. Hier mit der Erkundungsturm wieder irgendwas bauen, aber ist einfach zu verlockend, noch weiter zu tun, weil diese Insel hat zu viele Geheimnisse. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ich frage mich auch gerade, äh, hier. Wie es mit unserem Getreide ausschaut, irgendwie. Shane. Ey, Getreide ist ja ganz schön rar, so. Naja, jetzt bekommen wir jetzt wenigstens immer 2 Samen. Du kannst die Fresse halten, Höllentor. Das hab ich dir selber gezeigt. Muhaha. Ach ja, ich hab ja noch nen Mod drauf gemacht. Das zeige ich auch gleich mal. Erstmal Obsidian einlachern. Und das Geraffe. Mensch, Kohle haben wir mehr als genug hier. Das ist unglaublich. Und. Ja. Zeige ich euch jetzt mal was. Ich werde euch jetzt den ultimativen Monsterkiller vorstellen. Ja. Naja, Mobkiller. Also, der. Der hat seinen Namen echt verdient. Also, der hat's geschafft. Der ist gut. Der ist krass. Der ist super toll. Also, nimm erstmal ein Diamantschwert. Und umhüllen es mit 4 Kobbelstone. Und wir bekommen 4 Mobkillersteine. Tja. Wenn ein Mob hier drauf läuft, stirbt er sofort. Das ist natürlich ziemlich geil. Gut. Und wir waren jetzt die Anordnung. War die egal gewesen? Gut. Ach, es gibt nur ein 16er Stack. Ach, normalerweise gibt's ja gar keine Stacks hier. Das ist ja ohne den Mod. Wäre das ja auch wieder in undingender Menschheit hier. Das wäre unglaublich. Gut. Jetzt schmelzen wir das Geroffel ein. Geroffel. Und. Haben wir noch was zum... Kann man das Zeug kochen? Nö. Ist nur was zum Einschmelzen. Ach ja, das gelungen. Ich werde jetzt trotzdem ein wenig auf Erkundungstor gehen. Mal schauen, was noch alles für uns bereit gehalten wird. Ach nein, ich wäre erstmal mit der Ho. Mach mit kleine Diamantenho. Ich mag das Wort Ho. Das kann man ja einfach so hier abhacken jetzt. Und kaputt machen. Und dann geht der Party ab. Und hast du nicht gesehen. Das Gute ist mit dem mittleren Schacht. Nee, da fliegt alles neid. Das ist unglaublich. Ach, das war noch gar nicht alles vollständig gewachsen. Das konnte natürlich keiner ahnen, dass es so weit kommen würde. Gut, machen wir es so. Und. Noch ein wenig hier. Niedlich machen. Und hier ist auch gerade wieder was fertig gewachsen. Toll. Ich liebe Leg. Mit unserem krassen Acht Samen hier. Flasten wir hier alles noch ein klein wenig aus. Ich weiß gar nicht, ob die Erde jetzt so feucht sein muss oder kann oder keine Ahnung. Ich mach's erstmal nur auf der feuchten Erde. Und da Weizen ja auch ziemlich rar ist und wir jetzt gerade welchen Kommen haben. Verpisst das Schwein. Eisen haben wir auch bekommen. Unglaublich. Ach ja, jetzt fällt es mir gerade ein. Man kann ja auch Eimer stecken. Schön. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich diese Fülle... Ah, nein, man kann sie nur stacken. Man muss sie ja ein einzeln auseinandernehmen. Hm, gut. Wir haben hier das noch und Mobkillersteine. Eigentlich brauchen wir die ja noch nicht, diese Mobkillersteine. Weil wir haben ja kein weiter Mobsporn auch so. Wir könnten den unten anbringen, aber... Naja, diese Spin, ziemlich sinnlos. Ähm. Mal überlegen. Das brauch ich erstmal nicht. Und diese ganzen Werkzeuge eigentlich erstmal auch, ne? Ich hab mein Schwert. Ich lass es trotzdem noch auf Peace4Mode, weil, wie gesagt, ich werde noch ein wenig erkunden. Und jetzt... Ja, das lass mal noch ein wenig köcheln. Ja. Jetzt gehen wir einfach mal hinter, ne? Immer dann erst nach Wusch. Wusch. Und jetzt ist der Leck komplett weg. Das war höchstwahrscheinlich, weil die Welt eben neu generiert wurde und alles. Das war wahrscheinlich schon eine Menge viel fürs Spiel. Für meinen Computer. Mein Computer ist ja sowieso nicht der Beste, deswegen... Ne, ja, ist jetzt auch egal. Ui. Ja, hier waren wir ja schon überall. Hier gab es ja nichts Besonderes. Hier ist ein wenig Sand und... Da ist ein fetter Baum. Ey. Eine Sekunde. Warum ist dort Cobblestone? Cobblestone. Warum zur Hölle ist dort Cobblestone? Bitte sag mir jetzt nicht. Ich muss jetzt wissen. Ist es jetzt das, was ich denke, dass es ist? Nein. Nein. Aber das kann es eigentlich nur sein. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Wenn ihr jetzt keinen Plan habt, von was ich rede. Ich rede von einem... Dungeon. Ein Mob-Spawner. Und du gehst mir grad tierisch auf den Sack, liebes Wasser. Gut. Einfach jetzt mal alles vollbauen. Minecraft war gerade abgestürzt. Ne. Das hat einfach mal spontan in den Fenstermodus gewechselt. Gut. Okay. Das Wasser hätten wir weg. Aber hier steht doch jetzt nicht ehrlich in überirdischer Mob-Spawner rum, oder? Ach du dummes Stück. Ach Mensch. Let's leave me alone. Wir brauchen jetzt eben Sand, um die Wassergrube zu füllen. Wenn wir diesen musiken hier Cobblestone finden, dann haben wir einen überirdischen Mob-Spawner. Könnt ihr euch noch dran erinnern, ich hab vorhin davon geredet, dass wir aus Heinz nie wieder einfinden werden hier. Mein Gott. So. 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 zur Stimme das Wasser und ja, ich weiß nicht, ob jetzt jeder diese Methode kennt, die ist aber recht beliebt, dass man es einfach dann so ausführt. Scheiße. Ab bisher sehe ich hier keinen musiken Cobblestone. Vielleicht ist mein Bildschirm auch nur so grottisch. Ach nur, leck mich fett, leck mich einfach nur richtig dicke. Ich sag jetzt nichts weiter. Ich könnte normalerweise einfach mal im Inventar nachschauen. Nein, da haben wir noch keinen. Das hat mich doch nicht verguckt. Tja, dann füllen wir die Grube jetzt einfach mal aus und schauen mal, was uns alles erwartet. Leg. Oh mein Gott. Ja, gut, okay. Haben wir die so schön schnell geleert, diese Grube. Von allem unnötigen wässerlichen Dingern. Hier Wasser, genau so heißt das. Warum ist das Scheißteil jetzt Fenstermodus? Nein, egal, das interessiert mich gerade nicht. Mich interessiert viel mehr, ob hier ein... Ach, du Scheiße. Oh mein Gott. Und dort unten sehen wir den mausigen Cobblestone. Also, wir können jetzt doch diese Monsterkiller-Steine gebrauchen. Danke für diesen Mod, wer auch immer den gemacht hat, ich weiß jetzt nicht. Und dort haben wir die besagte Truhe, die wir nicht genannt haben. Oh mein Gott, ist jetzt sie fast zerstört. Oh, oh, da wollte ich gerade was hier spannen. Spannen. Ja, gut, äh, du gehst mir gerade auf den Sack. Auch du, du komisches Schaf. Egal, das reicht auch erst mal. Okay, Wasser verschwinde. Hokus pokus, Schilibus. Okay. Oh, Redstone, das habe ich noch nie in einer Truhe gefunden. Und noch einen Eimer, den wir stecken können. Gut. Und, die zerstören wir mal, die gute. Und dann machst du erst mal Schluss mit dem Parts. Erst mal alles von mir, Jens. Please rate, comment, subscribe und watch mal wieder aus. Bis zum nächsten.